ja hallo zur nächsten Folge um die 2 fahren heute in Freifahrt die Linie 65 zum Omnibus zum ZOB dann Zitao ja die Sitzbezüge die hab ich selber fotografiert aus dem Bus vom Berner Reisen die fahren bei uns um Soweit ist Arzt eingestellt schon den hab ich auch aufgenommen das Video ist schon auf meinem Kanal mit diesen Sitzbezüge und fahr ich mal vorne von ein OM-457 ähm OM-457 Void nur Void Koop Void Void Adlersee So Einmal normal. Jo. Ach, ich hab die Bärung nicht umgestellt. Ähm, zwei, drei, vier. Danke. Gute. Oh nein, das macht ja nichts. Hier fahren ja eh nicht so viele Leute mit. In Freiport. Also es wird nicht jedenfalls. Es sind noch nie so viele Leute mitgefahren. Stell ich nochmal eine Minute vor, dann kann man abfahren. Oh Gott, Neumann. Hallo. So, noch kurz warten. Schon mal Feststellbremse lösen. So, ich fahre hier etwas später ab. Plus 1, 0,1 oder plus 0,2. Das hat man eh so schnell wieder aufgeholt. Das ist egal. Kann man auch eigentlich noch später losfahren. Das ist egal. Ich will jetzt aber losfahren. Ich hab kein Bock zu machen. Adlersee. 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 Sollte Boah, fährt der Scheidehaut. Schönen guten Tag. Das ist ein Schönen Tag. Das ist ein Schönen Tag. Ich bin hier in den Spiegel gekommen. 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 Ich bin hier in den Spiegel gekommen.